Dieser schicke Ford Puma Titanium mit Malt-Hybrid-Antrieb könnte schon bald vor Ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der Euro 6D Temp EcoBoost Motor mit Malt-Hybrid-Technik erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Mächtige Leichtmetallräder unterstreichten den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Massagesitze bieten viel Komfort und eine tolle Sitzposition. Fußmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Puma schützt Sie rundum mit ESP, Airbags, Nebellampen vorne. Die Klimaanlage mit Polizilter sorgt für Wohlbehagen. Zum Radio gehört da ein Bluetooth-Freisprecher und ein Navigationsgerät. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmekreis, auch telefonisch. Mit diesem schicken Ford Puma Titanium und seinem Malt-Hybrid-Antrieb werden Sie viel Spass haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre gerade Sie. Auf Wunsch gerne Verlängerbung. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch Samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen.